servus leute und ein herzliches willkommen zu einer neuen folge zombie army 4 mit am start ich auf jeden fall wieder der marvin wo bist du neun leute ja heute spiel war es kapitel 1 durch ins waren teil 3 und ja wenn man gespannt was man jetzt gleich machen müssen ich gehe mal schnell interagieren mal gucken was man machen könnte ja damit gerade auch dabei geil es gibt sogar waffenskins kannst du auf gold spieler dann wissen wir was man so gut machen muss kaufen sich nämlich die schrotze oder was mache ich m30 drin verbesserte ausdauer zweite chance nein ich lasse die zweite chance drin oder offensive ja das habe ich auch von bombardieren da gibt es verschiedene stufe also ab level 5 kriege immer die nächste dinge frei kombo könig ja das kannst du schnell machen wenn du praktisch nächste stufe hast ja sonst verliert ja automatisch stufe 4 23 dann würde ich mal sagen gehen wir mal weiter alles munition habe ich aufgestockt man muss meine munition voll treten habe vorsichtshalber mal einpackt mal kurz gucken ich habe jetzt neue waffen geholt im prinzip du brauchst du steuer grad gar nicht groß aufmachen wenn du praktisch einmal tipps wechselt zur schneider wenn du normal wechselst so schrot und wenn du zweimal schnell hintereinander drück wechselst oder piste also ich nehme die handküschel die geht gerade über stapft machte überstand ich wusste mit der steuerung eigentlich hat gerade aus der großen tischte eine elektrische erweiterung und die haben die glöden wegschossen tut mir leid das war nicht mit absicht doch war es wie war es diese raucherung ich glaube ich sollte mal weniger dings rothen rauchen dann habe ich mehr ausdauer wieder aber hinter der war ich nehme mal splittergranate mit vorsichtshalte und man weiß noch nie was noch kommt wenn du auf den kauf dreht ist dann spucken die munition gib money her macht sich kaputt jungen dann mal dahinter gibt es noch mehr ich kann mal da mal gucken was man da vielleicht noch findet vielleicht finden wir noch irgendwie okay ach du fuck ja oh jesus oh jesus jetzt gehen wir in die unterwelt das ist das heißt nichts gutes ohne jetzt habe ich noch so viel ist das goldene gerade gar nicht überhaupt mit dem sattel ja jetzt stinke krisen das heil ach du scheiße ich schmeiße mal eine bummung also ich äh ich lieb gerade irgendwie mein schrotz in der hand alter ich hoffe ich hab den voll der haxe weg schoss ich jetzt verstanden aber ich glaube die killcam kriegst du nur wenn du gewisse anzahl einen killzentren an der marsch wenn du so eine serie hast ja 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 das ist ja richtig richtig hinterhält ich die gefliegt länger Geil, ich hab doch noch eine Elektro-Schauer drin gefahren. Alter, wie fliechst du dies? Ja, gut. Ach, du Kacke. Oh, ja. Der gute alte Zug. Oh je, ich glaub jetzt kommt was Größeres. Ich glaub, dass hier am Ende von dem Kapitel ist man mal richtig kiposcht abläuft. Bestimmt. Da hinten ist ein Safe oder was da ist? Ich geh mal die andere Seite von dem Parksteiger runter. Das interessiert nämlich was da im Safe drin ist dahinter. Da kommt auch noch der schlichtig Panzer. Mich hat grad ein Zombie angefangen abzuschießen. Das ist alles. Der macht jetzt schon verschiedene Moves, gell? Ich hab den heute jetzt grad kalt gemacht mit der Schrotze. Oh nein, ich hab ihn mal. Hääääääääää! ich glaube ich muss doch irgendwie ich glaube ich kommst du langsam mit meiner schrotze nehmen weil ich glaube ich muss auch umsteigen was du vor einer schönen wahrscheinlich ja und ich glaube ich klein wenig wie sie da irgendwie so aber warte mal daheim ist was in dem trissot ich komme ich komme ich komme ich komme ich komme wo bist du denn ach du kage guck mal nach oben ich komme von oben ich komme ich habe mich so leicht leichte sind habe ich mich dann aus der verlaufen ach du kacke geil das kann sich nur noch umsteigen wie bist du das ist eine schrotze alter was hast du für bummst knarren ich gehe mich gerade aus der kiste zurück aus welcher kiste ja xxl kiste was der hat xxl kiste salle du findest kiste wo ich gar nicht finde ja weil ich sie alle davor schnapp ja weil ich sie alle davor schnapp ja warte mal ich habe auch was ich habe auch xxl kiste elektrische erweiterung ja das kriegt meistens was schnore bestellen ja munition wuhuuu engel muss schon herkommen ich komme ich komme ja wir sind da nahe wo ist gott aber zum bestellen okay wir müssen erst alle zombies jetzt wir müssen praktisch erst alle zombies toten und dann kommen wir zurück ja ja mann wie siehst du schon wieder aus aber ich kann ruhig sagen ich sehe aber besser aus warte mal bevor wir in den kreis nahe gehen oh ja guten alten züge ach du scheiße aber hauptsache rotes hagel weißt du grüß auf den dank scheiße wir kommen da nicht mehr rein wenn wir es noch runter gehen ich komme gehen runter da ich glaube ich habe so die befürchtung dass nach jedem kapitel wenn das rommel ist dass da ein endkurs kommt ja aber 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 ja ich komme ja schon stimmt da geht aber ein bisschen weit ja lass alle von hier abschießen aber wenn wir uns kommen vielleicht nicht ja 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 da ja 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 das war ja 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 Deswegen sollte es wieder auch ab 18 sein. Ist ja nicht so weich, dass... Aber wenn du das überlegst, sonst macht es ja wirklich jeden Käse. Aber dann bringen sie so ein Spiel auf dem Play Store raus. Da sehe ich niemals das Ding, dass es mal wirklich so weit kommt, dass du mal so ein Spiel runterladen kannst auf dem deutschen Server. Oh! Artho! Ja, gut. Hört halt auch dazu. Ja, kurz noch. Ja, ich kann vertreten. Oh, es regnet wieder. Oh, es regnet ein Zombie. Aber ich hole mir auch schon. Ne, warte ich. Ah, du sollst hier einsteigen. Ja, ja, ja. Wie? Oh, Entschuldigung. Oh, oh. Wer steht denn da? Naja, Leute, dann denke ich muss sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Goen. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.